Ich verstehe immer noch nicht, wie du das tun konntest. Ich hab dir doch gesagt, ich war mit den Jungs im Urlaub, wir waren am Abend fort, es war eine lange Nacht und vor der Abreise ist es halt passiert. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es anders machen. Und, wie war die so? Was meinst du mit wie war die so? Du weißt genau, was ich meine. Ist sie auch fast rund um die Uhr für dich da? Backt sie auch täglich frisches Gebäck für dich zum Kaffee dazu? Nein, natürlich nicht. Und so richtig teuer war es auch noch. Ha, so so. Teuer. Und Wäsche? Nein, das gab es auch nicht. Jetzt sind wir da. Und hier gibt es alles, was ich brauche. Täglich fast rund um die Uhr frisches Gebäck und Kaffee dazu. Ja, und die Wäsche haben wir auch. Das und noch viel mehr. Und alles günstig. Und? Jetzt zufrieden? Ja, jetzt bin ich zufrieden. Hören Sie auf Ihre Geldtasche. Chat. Schlauer ist das. Ja.